ja hallo und herzlich willkommen zur NXT takeover the end beziehungsweise NXT takeover the end of the beginning review hier im podcast format und diese review mache ich natürlich nicht alleine und zwar mit dem wrestlepeter dem self ja guten tag ja wir reden heute über NXT takeover the end ich habe ja schon gestern in der live review die relativ früh raus kam um halb sieben kam sie ungefähr raus also knapp zweieinhalb stunden nach takeover kam die live review die ich ja relativ früh rausgehauen habe das habe ich eigentlich selten gemacht ich habe immer so mittags immer rauskommen ich werde in zukunft wahrscheinlich auch so machen dass ich wahrscheinlich sehr früh diese ausgaben jetzt immer hochladen sich so schnell wie möglich die ausgaben veröffentlichen kann ich auch mal in den kommentarischen ob es in zukunft haben wird oder ob wir es überhaupt mitbekommen durch so früh das video hochgeladen habe aber naja gut so viel zu diesem thema heute sprechen wir bis in dieser review sprechen wir ausführlich über dieses event NXT takeover the end was ja direkt geändert wurde und zwar end of the beginning das da ja der 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 anfang vom ende oder das ende vom anfang ja das ende vom anfang ja das ende vom anfang naja gut wie auch immer man das interpretieren soll da fand ich die end einfach nur besser aber gut der name sollte nicht das thema sein bzw die entweder das thema gewesen vielleicht von der veranstaltung aber nicht unbedingt die end of the beginning oder so war ein bisschen komisch ja ich weiß man wurde das denn eigentlich offiziell umgetauft sage ich mal in die entwicklung oder auch from the beginning oder so also die end of the beginning habe ich mitbekommen also ich habe die ersten zehn minuten verbände ich habe ja live geguckt ich habe er zehn minuten später eingeschaltet und ich habe es da erst mitbekommen alter gesehen aber end of the beginning aber anscheinend weil ich es ja noch mal neu geguckt war schon von anfang an so ich weiß nicht ob es in der pre schon so schon so war aber das wurde auf jeden fall von anfang an so angekündigt oder show her interessant aber ich weiß nicht genau warum er war ja die veranstaltung immer nur als die end Punkt 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 gelistet richtig fand ich aber nicht schlecht also es hat mich jetzt nicht groß gestört und ja wir hatten ja wie gesagt unsere erwartungen gehabt dass NXT ein gutes Event wird was uns ja nicht enttäuscht weil bisher hat kein takeover special wirklich enttäuscht und wir können schon mal so viel spoilern dieses mal hat es auch nicht zumindest meiner meinung nach ja kann ich nur zustimmen genau und anfangen möchten wir natürlich mit dem singles match und zwar the perfect ten teile länger gegen antrade cien almas genau das debüt vom ehemaligen la sombra von cmll aus der mexikanischen liga hatte da ja noch seine maske gab seine la sombra maske ja ist jetzt ohne maske natürlich aufgetreten das macht die wwe ja gerne die maske zu nehmen was ich erstmals von vorne weg nicht so gut finde ich meine die la sombra rechte werden bei cmll liegen das ist klar aber ich hätte ihn weiter mit maske auftreten lassen weil er ist ein guter wrestler und wen hast du denn bitte gerade an ich sag mal mexikanischen maskenmännern die wirklich drawn also der letzte der halt gebraucht hat ist remisterio und auch der einzige wahrscheinlich und seitdem hast du nie wieder so jemanden gehabt und kalisto der wird dafür zu schlecht dargestellt und sincara kannst du eh vergessen deshalb wäre dann er wieder so eine person gewesen die man hätte wieder bringen können aber nö vielleicht macht man es auf der art weil das hat man mit eddie guerrero auch gut gemacht in dem sinne also ja man muss abwarten was passiert auf jeden fall was ich am anfang anmerken muss muss ich sagen man hat einfach hier in diesem match gemerkt wie over einfach teil der linger war ja teil der linger ist sehr sehr over mit seinem mit seinem perfekt 10 gimmick und der war wahrscheinlich sogar der zweite oberster am abend ja einer war overer zu dem komme später genau und wie gesagt ich fand es ziemlich geil also ich muss sagen ich habe den entrants ja schon vorher schon abgefeiert das denke ich mal wissen bestimmt die meisten wo ich ja die nxt reverse gemacht habe wie er immer reinkam und ich muss sagen ich fand es wieder ziemlich geil den entrants es gab noch ein paar entrants die fand ich besser aber ich muss sagen mir hatte entrants auf jeden fall sehr sehr gut gefahren von teil der dinge und die crowd hat natürlich sehr sehr gut mitgemacht und war auf jeden fall ein schöner anfang quasi da kam die crowd halt direkt rein und ich glaube ich wäre auch direkt reingekommen in dieses match oder beziehungsweise in dieses special natürlich hat ein anderes match natürlich das noch gut gemacht natürlich klar aber wenn ich es live gesehen ich denke mal damit wäre ich auch gut reingekommen ja match an sich war dann ziemlich gut gegen fünf minuten war deshalb auch ja sehr sehr schnell sehr sehr action reich und hat nicht gelangweilt und alles probleme an dem match war es ist anders gekommen als man sich erhofft hatte denn man wollte ja klar la sombra showcasen damit er halt ein paar nette moves zeigt und dadurch over kommt problem war tai dillinger war sauer und teil dillinger hat eine super leistung gebracht und teil dillinger hat das match jetzt mehr gebracht als la sombra das stimmt eigentlich das würde ich auch so zustimmen was ich aber geil fand waren die aktionen von la sombra übrigens ich weiß ob es dir aufgefallen ist ich habe mir den team von la sombra oder allmaß mal angehört da kommt wirklich das wort la sombra vor echt ja da kommt la sombra und dann direkt danach kommt sien fand ich auch immer sehr interessant also wollte schon mal ganz kurz anmerken ja genau soviel zu diesem thema aber ich fand teilweise aktionen ziemlich cool gemacht worden wie zum beispiel wie er sich an stopro wo man denkt er springt da raus und dann lehnt er sich so ans seil fand ich ziemlich cool so relativ lästig oder der moonsault den man natürlich in den indies oder in japan kennt ich soweit ich weiß Martin Kota Ibushi zum beispiel zumindest habe ich von ihm mal gesehen Prozent auch mal geil das mal auch von ihm zu sehen in der WWE fand ich ziemlich cool den in die seile springen und hängen bleiben so sage ich mal wie so eine spinne oder was auch immer das macht auch Rocky Romero von New Japan also das sind geile Moves diese sehr oft verwendet werden in den Indies ja in der WWE halten halt relativ selten in dem Sinne was aber auch mal cool ist dass halt NXT gleichzeitig so ein bisschen frischen Wind und mit neuen Stilen und neuen Moves in die ganze Sache bringt auf jeden Fall das kann ich auf jeden Fall auch noch zustimmen und ja was auch geil war natürlich äh la sombra wollte irgendwie kontern und dann kommt Heidi Linger direkt mit dem Kick das sah auch ziemlich geil aus ja wo er wo er sich so in der Ringecke kopfüber hochgestellt hat und wollte wahrscheinlich halt über Heidi Linger rüberspringen und Heidi Linger tritt ihm einfach ins Gesicht das war ziemlich geil also das Match hat mir echt schön gefallen also ich finde es schade dass ich es live gesehen habe aber ich habe es im Nachhinein gesehen und hat auf jeden Fall natürlich leider zu wenig Zeit muss ich sagen ich hätte ein bisschen mehr Zeit gegeben aber nur gut es hat auf jeden Fall hier Teil Dillinger gebracht und man merkt schon aus Niederlagen kannst du schon was Gutes machen in dem Sinne also Teil Dillinger finde ich hat es jetzt nicht so krass geschadet ihm hätte es natürlich sehr viel geholfen wenn er gewonnen hätte jedoch fand ich es okay dass man Almas gewonnen hat man hat es auch erwartet dass er gewinnt und ja wie gesagt ich würde auch sagen dass es Teil Dillinger mehr gebracht hat als jetzt da sombra weil Teil Dillinger einfach richtig over war ja der ist so ein bisschen wie Damien Sandow der soll einfach der ist gut und wird gegen Leute oder wie Thor Sigler von mir aus der ist gut der wird gegen Leute gestellt um die gut aussehen zu lassen und bringt sich selber aber trotzdem immer wieder over aber ich glaube man hat vielleicht irgendeinen Plan mit ihm ich habe so das Gefühl weil Triple H hat selbst auch in dem Interview was er auf Facebook gegeben hat hat er auch gesagt dass Teil Dillinger großartiger Wrestler sei und er sehr sehr underrated wird von anderen Leuten hat er selber gesagt was ich auch finde also für mich ist Teil Dillinger einer der unterwärtssten Wrestler in NXT vielleicht sogar WWE ähm und ich finde man hat er hat schon ein größeres Vergnügen also jetzt für mich kein WrestleMania Main Eventer das vielleicht nicht aber höher als seine aktuelle Position für mich schon also ich würde sogar schon sagen so IC Champion oder so könnte eigentlich schon sein ja aber jetzt nicht WWE World Heavyweight Champion also das finde ich jetzt nicht aber so ich sag mal so halt bei NXT ist es halt für so jemanden schon sehr sehr schwer wenn du dann halt Leute da noch dabei hast wie Joe und Baylor und dann mehr klar war und er ließ und gut zu dem wir später kommen gut auch die Bier Money genau und deshalb hat es dann Teil Dillinger natürlich schon schwer das stimmt Teil Dillinger gut ist aber halt bei weitem nicht so gut wie die ja klar aber ich hoffe natürlich und ich würde es mir auf jeden Fall können wenn er auch mal NXT Champion sein und ich würde mich sogar richtig freuen wenn er es schafft und man merkt auch dass er auch von vielen Wrestlern in der WWE auch Support bekommt also wenn man so mit dem könnte man so eine Sami Zayn Storyline machen auf jeden Fall macht es auch ein bisschen weil ich glaube er hat kein einziges Takeover Match gewonnen glaube ich oder bisher würde mich wundern wenn er gewonnen hätte ja ja ich würde mal sagen wir schließen dieses Match ab auf jeden Fall ja sind wir eigentlich sehr zufrieden ich hoffe man mag was mit Teil Dillinger ich bin mal gespannt was man mit Almas macht beziehungsweise Sien Sien glaube ich heißt 100 stimmt das kann auch sein irgendwie so ein Dreh 100 gegen Perfect Ten beide eine super Leistung abgeliefert gerade Teil Dillinger hat mich richtig das haben die ja auch das haben sie ja auch erklärt ja irgendwie haben sie in einem Match drüber gesprochen dass ja Andrade die 100 ist irgendwie und er ist dadurch 10 mal so gut wie die Teil Dillinger Andrade ist 10 ja irgendwie sowas haben sie doch gelabert also nee dass halt sein Name irgendwas mit 10 bedeutet äh oder mit 100 und dass er dann 10 mal so gut wäre wie Teil Dillinger und sowas hat die Corrie Graves die ganze Zeit gelabert ja wo der ja auch am Anfang von ähm wie heißt das nochmal von äh das wird Tom Phillips als Icon bezeichnet der wo er so blöd geguckt hat das ist der geilste Moment von ihm kam aber noch dann nach dem Backstage Segment der Blick von ihm da war großartig was war da da genau ja wo Bobby Roode gezeigt wurde und die dann wieder zurück ach ja stimmt wie er geguckt hat ja das war geil da musste ich auch mal echt schmunzeln also Cory Grace ist einfach genial das kann man einfach so sagen einfach ein super Dude und ich würde mal sagen wir gehen direkt mal weiter und zwar zum nächsten Match und zwar das WWE NXT Tag Team Title Match zwischen den Champions American Alpha gegen The Revival Dash Rider und Scott Dawson ja für mich ähm Match of the Night ähm das beste Tag Team Match in NXT History vielleicht sogar eines der besten Tag Team Matches in der WWE aller Zeiten mhm also wirklich pure 2 gegen 2 Singles Matches sind nicht irgendwie Leather Match oder so sondern halt wirklich 2 gegen 2 Tag Team Match ähm war großartig Revival hat einfach gezeigt wie geil die sind die haben sowas von gutes Healwork gezeigt immer wieder die Hot Tags unterbunden und richtig geile Moves gezeigt und immer wieder die die Gegner verhöhnt also American Alpha mit Gesten und immer gezeigt ha du willst reinkommen ha 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 wir machen deinen Partner jetzt platt und du kannst nichts dagegen machen und sowas und ja immer wieder halt American Alpha war die Kämpfer die sich dann immer wieder zurückgekämpft haben und versucht haben sich äh einzutecken und das war ein richtig gutes Match auf jeden Fall also ich muss sagen es hat's auch ich hätte nicht gedacht dass das Match von TakeOver Dallas getoppt wird ich hätte gedacht es wird ungefähr auf dem gleichen Niveau vielleicht sogar schlechter und es war auch für mich äh Match of the Night ich weiß nicht also da tendiere ich noch mit einem anderen Match zusammen äh mindestens 4 Sterne hat's auf jeden Fall ähm ich muss sagen das Match war auch richtig geil auch für mich wenn ich so ganz überlege und wenn ich die ganzen Tag Team Matches durchgehe war es für mich sogar das beste Tag Team Match was ich bei NXT je gesehen habe ob es ob es von aller Zeiten der Fall war das kann ich nicht so ganz beurteilen das ist sehr sehr schwer also aller Zeiten war es auf jeden Fall nicht das beste also jetzt gesamte WWE mäßig weil da gab es zum Beispiel noch Austin und Triple H gegen Jericho und Benoit von Raw mh ja das war auch also sagen wir vielleicht so einer der Besten das hört sich immer besser an so vielleicht einer der Besten und das war auf jeden Fall richtig geil und was einfach geil war American Alpha die haben einfach wieder gezeigt wie geil die einfach sind wenn man so überlegt wenn man auf die Moves achtet wie synchron die das gezeigt haben oder synchron Sachen gemacht haben äh das war ja richtig geil also ja mit dem mit dem synchronen Ankle Lock oder dann zwischendurch wo ähm der Revival ein Doomsday Device zeigen wollte und in der Luft also er saß ja da ähm 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 im Chad Gable auf den Schultern ich glaub von Scott Dawson und zum Doomsday Device halt und er hat dann in der Luft der Schweine abgefangen und hat ihm den Belly to Belly verpasst boah das war saugeil das war richtig geiler Konter richtig geile Spots wieder es war so ein bisschen natürlich war es so wie ihre vorherigen Matches aber trotzdem haben sie immer noch Aktionen gebracht die man noch nicht zwischen den beiden gesehen hat was einfach geil ist ja oder zum Beispiel dieser Dropkick in den German Suplex oder was auch natürlich ein kleines Showcase war war wie die dann beide abgefertigt haben und dann gehen die an die Seile und feiern sich und das auch noch synchron also ja genau ey das war so geil einfach man hat das Match war einfach so verdammt spannend man wusste einfach nicht gewinnt American Alpha gewinnt der Revival weil es war immer Near Falls man dachte immer oh das war es jetzt aber das war es doch nicht das war es jetzt das war es doch nicht also boah das war richtig geil also es hat mir echt Spaß gemacht zu gucken und da war ich auch echt wieder drin also ich habe das Match auf jeden Fall wieder live gesehen also wo ja quasi die Einblendung kam habe ich das Match ja wieder live gesehen und ich war direkt drin ich war direkt drin und das war einfach geil ja also es war ein Traum das Match es ist so ein bisschen das was die ähm Women's bei NXT vor ein paar vor ein paar Takeovers noch waren wo man sich immer dachte ey das Match war doch jetzt schon Weltklasse es kann doch gar nicht mehr besser werden und immer wieder hat man sich gesteigert und das macht jetzt die Tech Team Division gerade auf jeden Fall also wo man sich dachte oh die steigern das doch nicht und jetzt steigern die es schon wieder äh mal sehen wie weit die das steigern also da bin ich mal gespannt äh ja auf jeden Fall richtig geil und ich denke mal das Ende haben so einige überrascht würde ich mal sagen es ging ja 16 Minuten aber das Ende war für mich zumindest überraschend das Ende war richtig geil denn wir hatten nämlich die klassische Comeback Aktion also es gab den Hot Tag auf Seiten von American Alpha und den Spear von Jason Jordan zum Beispiel in die Ringecke und es sah halt alles nach dem standardmäßigen Finish aus ähm es sollte den Grand Amplitude geben aber ich glaube Dashweiler kann ähm ähm hier Jason Jordan aus dem Ring werfen kann seinen Partner abfangen und dann verpassen sie äh Chad Gable den die Shatter Machine und können ihn pinnen und besiegen und sind zweifache die ersten zweifache NXT Tag Team Champions auf jeden Fall sie sind die ersten zweifachen NXT Tag Team Champions zum ersten Mal der einzige der zweimal einen NXT Tag Team Titel halten konnte war Neville übrigens ist es der junge oder der Neville derjenige der die meisten Titel bei NXT gewonnen hat er drei Titel bei NXT gewonnen äh und Revival sind quasi Platz 2 mit 2 Titeln ja doch zwei Titel kann man ja so sagen und auf jeden Fall sehr interessant und man kann ja sagen auch so die ersten die quasi so zwei Titel in einem Bereich geholt haben was ja nicht öfters ist weil zum Beispiel bei Women's Titel hat jeder einmal gehalten bei NXT Titel jeder einmal und bei Tag Team halt Tag Teams halt jeweils einmal aber halt Neville so quasi als Einzelperson zweimal jetzt ist nicht mehr der Fall weil Scott Dawson Dashweiler haben jeweils zweimal die NXT Tag Team Championship gewonnen das riecht jetzt auch schon extrem nach Main Roster ähm dachte man sich nachdem was dann nach dem Match passiert ist dachte man sich dann wieder hm doch nett gibt's erstmal noch eine andere Fede ja nochmal ganz kurz zum Ende ähm zum Ende des Matches fand ich auch ziemlich geil fand ich ziemlich geil gemacht wie gesagt man hat die Spannung einfach bis zum Ende durchgehalten und der Unterschied ist einfach die WWE also die Main Shows versuchen immer ein überraschendes Ende zu bringen aber machen es nicht gut Beispiel Wrestlemania hier haben sie ein überraschendes Ende gemacht aber haben es gut gebuckt ja und keiner hat irgendwas dagegen weil es geil war ja und es war glaubwürdig ja ja und danach ja Jordan und Gable erholen sich langsam und auf einmal kamen zwei unbekannte Personen wie heißen die Typen also wie heißen die als Tag Team irgendwas Authors of Pain glaube ich ich weiß ich kenne die überhaupt nicht also die ich habe nur letztes Mal irgendwas gehört die wären bei einer Hausshow gewesen und wären da mit Masken aufgetreten das war es aber auch schon ja die zwei Herren sind debütiert der eine keine Ahnung der andere war mal MMA wurde von MMA geholt was habe ich noch gelesen der eine ist glaube ich Inder und der andere ist Albaner oder so habe ich gelesen weil ich gleich schon wieder irgendwo gelesen hatte ja das sind zwei Samoana die wollen mit Roman Reigns verwandt sein auf jeden Fall kamen die raus und haben American Alpha platt gemacht und dann kam Paul Ellering auf die Stage und hat halt so mal geguckt und ist wohl halt der Manager von den beiden er war ehemaliger Manager von den Legions of Doom und so weit ich das weiß ist er auch Hall of Famer ist er ja genau und es gab ja diese Chance mit who is who are you who are you und so weiter ich glaube diese Chance war nicht auf Paul Ellering bezogen ich glaube es war eher auf die beiden bezogen natürlich das Bild war auf ihn gerichtet aber ich glaube ich sag es mal so den muss man nicht unbedingt kennen ja auf jeden Fall den muss man nicht unbedingt kennen aber ich glaube es war schon teilweise auf ihn bezogen aber ich glaube auch er auf 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 Payne bezogen weil ich kann sie die gar nicht also ne und ich denke halt debütiert von daher Grace ist völlig ausgemarkt und hat erstmal Paul Ellering als einen der Bestmanager aller Zeiten bezeichnet das würde ich jetzt nicht unterschreiben aber nur gut er wäre wahrscheinlich nicht mehr meiner Top 20 los kann sollen da sind für mich Paul Heyman oder ein Paul Bauer auch vorhin Prozent absolut gerade vor allem also der Ersatz auf die Hand des Bühne damit die Heavyweight Champion auf der Wurde die Beute so nein um aber ja man hat man jetzt neue Fede gestartet denke ich zumindest ich denke man wird Merkel einfach jetzt vielleicht noch für ein Match unten halten gegen die zwei Herren da und die zwei Herren da werden wohl gewinnen damit sie durch den Sieg gegen American Alpha noch ein bisschen overkommen und American Alpha wird dann Richtung Main Roster verschwinden ja ich glaube auch dass man den Titelwechsel deshalb gemacht hat weil man American Alpha wahrscheinlich in den Main Shows plant und sie sind ja sowieso fertig also man sieht einfach wie gut sie einfach sind passen super zusammen und haben uns auch den Aufstieg verdient und jetzt macht auch der Sieg von Chumper und Gargano gegen Revival Sin weil jetzt können sie nämlich kommen und sagen hey wir haben euch noch eine Woche davor besiegt richtig wir wollen bitte ein Titelmatch haben deshalb macht alles im Nachhinein Sinn ja also man hat diesen Titelmatch schon geplant sehr sehr schön auf jeden Fall ja ich sag mal so man soll NXT immer vertrauen und davon werden wir nie bereut ja gut dann würde ich mal sagen gehen wir direkt zum nächsten Match und zwar ist es the king of strong style Shinsuke Nakamura gegen the greatest man that ever lived Austin Aries was war das denn ich wusste gar nicht dass du so auf Austin Aries abfährst aber okay ja das Match war sehr gut es hat die es hat der Ticken zum großartigen gefehlt sage ich jetzt mal also es war jetzt kein Zane gegen Nakamura aber es war trotzdem sehr sehr gut wie gesagt ich habe ja vorhin gesagt Match of the Night war für mich das Tag Team Match weil bei dem Tag Team Match gab es einfach eine geile Match Story gut die gab es hier auch ja und es gab vor allen Dingen für mich keine Phasen wo ich mich gelangweilt hatte oder gelangweilt ist zu hart aber so ein bisschen wo halt nicht so viel passiert ist es gab es halt bei Aries gegen Nakamura es hat nicht so schnell an Fahrt aufgenommen klar war es ein richtig gutes Match Pacing also die sind nicht gleich von Anfang an aufeinander losgestürmt sondern haben sie es immer wieder gesteigert und aber sobald das Match dann an Fahrt aufgenommen hatte war es einfach großartig also die beiden haben es so gut miteinander harmoniert und das Match war mega geil wenn es dann nach 5 bis 10 Minuten an Fahrt aufgenommen hatte da war es dann großartig davor war es halt gut aber naja ja man hat versucht langsam es aufzubauen und dann immer immer mehr zu steigern was ich am Anfang anmerken muss ist wieder mal für mich ja okay ich weiß nicht ob es der Entrance of the Night war auf jeden Fall Top 3 und zwar Shinskis Nakamura's Entrance war erstmal wie er wieder reinkam Gänsehaut aber was ich richtig geil fand war wie die Crowd sing einfach Nakamura ich hatte mega Gänsehaut gehabt da warum nur Top 3 äh weil ich Baylors Entrance auch geil fand und welcher noch Teil Dillinger ja okay aber ich fand schon das war der beste Entrance des Abends und ja also ich tendiere jetzt also ich sag mal so Dillinger ist Platz 3 Nakamura und Baylor ist so 1 und 2 so beides ja Baylor ist halt so ein bisschen hatten wir schon oft gesehen aber immer wieder was anderes ne das ist halt ja natürlich ist es trotzdem geil aber Nakamura ist halt noch frischer Nakamura ist halt deshalb noch geiler weil er halt noch neuer ist ja und der Entrance war wieder ein bisschen was anderes wenn man so vergleicht die Entrances macht er immer wieder verschieden so wie äh Zane nein äh wie es Baylor macht und ja wie gesagt ich fand es geil wie die Crowd da einfach mitgesungen hat war auf jeden Fall ja also Nakamura war auf jeden Fall der Guy der am lautesten Pops gezogen hat aber man hat schon gemerkt meiner Meinung nach dass die Crowd ein bisschen platt war vom letzten Match ja die Crowd ist einfach schon beim Entrance drin und das zeigt einfach wie geil Nakamura ist für mich ist der Typ einfach ein Genie im Ringen der macht eigentlich von den Moves her gar nicht so viel aber er hat einfach so viel Charisma dass es dass man einfach denkt er zeigt tausende Aktionen in einem Match ja er macht einfach er hat einfach diese Ausstrahlung und er hat auch dieses Storytelling drauf was auch wichtig ist es ist nicht nur das Moveset was du brauchst es ist einfach das Gesamtpaket was du dazu brauchst im Wrestling das hat Sami Zayn auch mal in einem Interview gesagt zu dem Match mit Nakamura dass die einfach dass es so wirkte als hätten sie einen Haufen Sachen gemacht aber dabei haben sie einfach sich an einfache standardmäßige Dinge gehalten haben aber eine großartige Match Story erzählt weshalb es so viel und so groß wirkte richtig und was auch mal dazu sagen kann dass es natürlich nicht an Sängen gegen Nakamura kam ist natürlich klar habe ich aber nicht erwartet ich habe nicht erwartet dass die beiden also dass dieses Match an das vorherige Match von Nakamura rankommt das habe ich nicht erwartet ich habe gedacht okay wenn sie es schaffen geil wenn sie es nicht schaffen ist auch okay wenn sie halt drunter sind dann ist es vollkommen okay und wie gesagt das Match war super super geworkt meiner Meinung nach von beiden schöne Match Story ich fand hier hat man Orson Aries echt mal gezeigt was er drauf hat weil ich habe das Gefühl gehabt dass Orson Aries bei der Crowd nicht so over war weil er einfach nicht viel gezeigt hat also nicht viel zeigen durfte in dem Sinne und jetzt durch dieses Match finde ich ist er over gekommen mehr ja aber gerade halt weil er auch gegen gegen Nakamura angetreten ist Nakamura ist halt die absolute der absolute Publikumsmagnet aber ich muss sagen ja ich war auch enttäuscht wie schlecht eigentlich Orson Aries bei der Crowd immer abgeschnitten hatte auch beim letzten Event gegen Baron Corbin hat er ja nicht wirklich große Reaktionen gezogen aber ja er kann es einfach er ist einfach richtig geil Orson Aries und das hat er hier in dem Match wieder gezeigt und er hat auch ja wir sagen jetzt die ganze Zeit ist es nicht so gut wie Zayn gegen Nakamura das liegt aber daran dass Zayn gegen Nakamura einfach göttlich war und Aries gegen Nakamura war aber trotzdem sehr sehr geil also das sollte man sich trotzdem angucken richtig auf jeden Fall also nur weil wir jetzt gerade das ein bisschen vergleichen weil es wird halt teilweise vergleichen und es wurde manchmal gesagt okay es wird besser als Zayn gegen Nakamura und ich habe ja wie gesagt gesagt ich habe es nicht erwartet weil das muss nicht immer sein ich erwarte nicht bei jedem Takeover ein 5 Star Match oder so oder ein 4 3 Viertel Match oder sowas in der Art das habe ich nicht erwartet wenn es natürlich passiert geil klar aber wenn es halt nicht passiert wenn es halt 4 Sterne erreicht dann bin ich auch zufrieden und das hat es für mich auf jeden Fall erreicht dieses Match und wie gesagt geile Moves gezeigt sowohl von Nakamura als auch von Aries gerade von Aries die Moves fand ich ziemlich geil ausgeführt was ich ein bisschen komisch fand ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen war Nakamura weil man ist ja auf das Bein eingegangen von Nakamura und am Ende hat er es gar nicht so mit reingebracht ja das hatte ich also das Selling hatte ich auch am Ende gerade beim Finish ein bisschen blöd gefunden weil Nakamura wurde da ja auch gerade getötet quasi mit einem Death Valley Driver auf den Apron und dann steht er wieder also wirklich also wirklich vorher schon also bei 7 oder bei 8 beim Count halt vom Referee und dann kommt Aries schon angeflogen er weicht aus und wirft ihn schnell wieder in den Ring und macht Finish also das fand ich dann auch nicht so gut also das Selling war an manchen Stellen echt nicht so geil obwohl Nakamura größtenteils richtig gut gesellt hat also das Selling von Nakamura war richtig gut aber es gab halt diese kleinen Punkte da halt wegen diesem Kick weil er auf das Bein wurde ja eingegangen und es hat so gewirkt das wäre ja nichts und er hat den Kinshase auf das linke Bein ja auch noch gezeigt also er hat es ja nicht aufs rechte Bein jetzt hätte er es aufs rechte Bein gezeigt hätte ich es vielleicht nicht so ganz abgesehen aber er hat es auf das linke Bein hat er gemacht ne den Kinshase oder oder auf das rechte also das Knie links ja und das linke Bein wurde ja auch bearbeitet und das fand ich jetzt nicht so gut und natürlich das wo er auch diesen auf den April bekommen hat fand ich auch nicht so gut aber ich sag mal so deshalb ist es jetzt auch nicht keine Ahnung viereinhalb Stern oder sowas ne Art so dann dreht es halt halt ne kleine Abwertung klar und natürlich kommt es auch nicht so ganz an Zayn gegen Nakamura wie wir schon vorher erwähnt aber auf jeden Fall wie du schon vorher gesagt hast es ist ein sehr sehr ansehnliches Match ein Match was man sich schon ansehen kann und wenn man sich das ansieht dann bereut man nichts man sieht Nakamura der sowieso geil ist ähm wir reden ja sehr sehr wir schwärmen ja alle von Nakamura sowohl du als auch ich als auch der John schwärmen ja von Nakamura zu Recht und ja wie gesagt der catcht mich einfach und ja er zeigt zwar nicht so viele Moves aber wie gesagt der unterhält mich einfach mit seinem Charisma mit seiner Ausstrahlung und die Match Story die er zählt das passt einfach und gehört auch für mich weiterhin zu den besten Wrestlern der Welt also einer der besten in der Welt absolut genau und wie gesagt Shinsuke Nakamura hat wir Kinshasa der übrigens auch noch geil gesellt war von Orson Aries äh übrigens das Selling von Orson Aries fand ich auch in diesem Match sehr gut ähm wollte ich auch ganz kurz anmerken und ja wie gesagt Kinshasa gewinnt er und damit hat Nakamura sein zweites Takeover Match gewonnen und Orson Aries sein erstes verloren genau ja möchtest du was zum Match sagen oder beziehungsweise was denkst du wird jetzt passieren mit den beiden ähm hm hm schwierig zu sagen ich glaube dass es Nakamura dass es Nakamura gegen Joe gibt da bin ich mir sehr sehr sicher weil es Triple H schon angeteased hat im Interview und ich glaube an eine Fede von Orson Aries gegen Bobby Roode Glaubst du dass Bobby Roode als Face kommt oder oder dass Aries als oder Face Turn also glaubst du dass beide gegeneinander antreten ich glaube dass sie beide gegeneinander antreten das kann ich mir vorstellen weil jetzt Orson Aries ja nix mehr hat entweder kommt er jetzt ins Main Roster oder hat eine Fede mit Bobby Roode weil ich glaube jetzt nicht dass er jetzt um den Titel kämpft gut man könnte natürlich auch ein Triple Fred Match machen das geht auch Fäden vorher geht auch also damit hätte ich auch kein Problem aber ich glaube es nicht dass man es macht ich denke mir Orson Aries gegen Bobby Roode und Shinsuke gegen Joe und was macht überhaupt jetzt hier Dings Andrade der hat ja jetzt auch keinen oder ach stimmt Almas gegen Aries das wäre auch das wäre ein cooles Match ja das stimmt oder Almas gegen Bobby Roode vielleicht bleibt ja Baylor auch noch ein noch ein noch ein Monat oder so und wir sehen dann oder bis zum nächsten Takeover und wir sehen Nakamura gegen Baylor zum Beispiel und Joe gegen Roode oder sowas boah Nakamura gegen Baylor boah das ah das das wäre ein geiles Match gut äh würde man sagen gehen wir direkt weiter ähm und zwar wurde angekündigt dass NXT Takeover Brooklyn 2 am 20. August stattfinden wird geil äh damit ist jetzt bekannt allen dass dieses Event stattfinden wird und dann kommen wir direkt zum nächsten Match und zwar Asuka gegen Nia Jax und den NXT Women's Title ja das Match war es ist schwierig zu bewerten es war in der Offensivphase von Nia Jax sehr sehr langweilig weil Nia Jax halt sehr sehr groß und sehr sehr breit ist und nicht wirklich schnell und agil ist und deshalb halt viele Holes gezeigt hat was aber gleichzeitig zur Match Story gepasst hat ähm aber wie gesagt das war halt lahm und langweilig und ja das Match wurde echt richtig gut als dann ähm Asuka wieder zurückkam und ihre Offensive gezeigt hat mit ihren schnellen Kicks mit ihren schnellen Tritten mit ihren ganzen schnellen Moves mit ihren Aufgabegriffen das war alles geil aber halt so die Phase von von Nia Jax wo sie dominiert hat die war echt nicht so dolle ähm ja aber es war insgesamt trotzdem gut würde ich sagen in den neun Minuten weil ja es hat man schön verpackt ich denke die WWE oder halt NXT die Booker wussten dass Nia Jax nicht so lange wrestlen kann und wenn sie am Drücker ist dann ist es halt relativ behäbig das Ganze weil sie ist halt sie ist halt nicht lange aktiv und ist halt dementsprechend auch noch nicht irgendwie Weltklasse oder so wie Asuka zum Beispiel wie Asuka zum Beispiel oder Bayley oder Bayley weil Nia Jax ist ja erst seit diesem Jahr aktiv ne seit letztem Jahr ja seit einem Jahr kann man so ungefähr sagen ähm ja das stimmt ähm für die Zeit muss ich sagen fand ich es aber ein gutes Match also 10 Minuten also beziehungsweise 9 Minuten war das Match ja lang und für die Zeit fand ich es persönlich gut also es war jetzt nicht überragend die Match Story hat mir in dem Match gefallen Askas Contact schon fand ich teilweise geil wo ich zum Beispiel diesen Pinfall gab und dann direkt der Counter die Armbar oder auch die Kicks waren richtig stiff ausgeführt also äh das tut schon weh würde ich mal sagen die Kicks von Asuka und ja wie gesagt die Offensivphase fand ich gut äh und die Power Moves von Nia Jax fand ich auch gut ausgeführt also man hat es schon gut verpackt ähm vielleicht wäre es ja noch besser gewesen wenn man mehr Zeit gegeben hätte vielleicht war es aber auch richtig so dass man so viel Zeit gegeben hat ich fand ich fand die Zeit passend muss ich sagen also ich hätte nicht mehr und nicht weniger gegeben ich fand die genau richtig so ja ich kann damit leben ja ja 10 Minuten Asuka hat verteidigt so wie wir es getippt haben und war sehr sehr gut mit dem Running Kick irgendwie so oder Running Smash nach mehreren Kicks muss man ja sagen es war ja nicht nur einer ja Asuka ist bekannt für ihre harten und brutalen Kicks was jetzt auch Nia Jax spüren dürfte ja man hat schon gemerkt danach war sie jetzt nicht mehr so gut drauf ne die war leicht durch den Wind genau soviel zu diesem Match dann gehen wir direkt weiter und wir haben den Namen schon jetzt öfters erwähnt und zwar zu Bobby Root man hat ihn komplett anders da eingebracht als die anderen Leute die anderen die immer kamen hatten eigentlich immer einen Impact hinterlassen also ob es jetzt halt Owens war oder Joe der dann kam oder ähm wer kam noch äh Nakamura ja Nakamura zum Beispiel auch die haben ja alle einen Impact hinterlassen und da war es halt Backstage Interview mit William Regal und der sollte ein bisschen über Steel Cage mit blabbern und im Hintergrund kam dann auf einmal Bobby Root durchs Bild gelaufen einfach mal komplett random ist einfach mal Bobby Root durchs Bild gelaufen und Prozent William Regal hat das mitbekommen und hat das Interview abgebrochen und hat gesagt hey ich muss mich jetzt mal mit dem unterhalten und dann die Reaktion von Corey Grace war die beste das war geil sein Blick in sein sein wie er guckt und dann sagt Bobby Root oh my god das war so geil okay kann man machen ne ja Bobby Root ehemaliger TNA Champion ja die Heimatstadt kennt er ja NX TNA ey Bier Money 2.0 jetzt nennen sie sich Reap Money warum Bier Money 2.0 ne wenn der zu James Stone kommen würde dann nennen sie sich nicht Bier Money sondern Reap Money Money Beer oder Money Beer oder The Money lassen das Bier weg und machen einfach The Money ja weil Bier ist ja nicht PG ne und sie wollen ja nicht den ersten Namen nennen ich sag nur Bullet Club oh ich hab mich verschluckt ähm gut da würde ich mal sagen gehen wir direkt zum Main Event und zwar das NXT Tag Team was glaube ich da NXT Titel Steel Cage Match zwischen den Champions Samoa Joe gegen Finn Bader vorher hat man noch Neville gesehen der noch Egg Bringside war und ja das allererste Steel Cage Match in der Geschichte von NXT das Match war gut sehr gut aber es es hat nicht ganz klick gemacht ich weiß ich finde Baylor und Joe ist ein Match was immer wieder auf Papier ziemlich gut klingt weil beide einfach sehr sehr gute Wrestler sind aber gegeneinander haben sie nicht irgendwie die beste Chemie und zeigen nicht immer das beste Match also irgendwie hat man sich bei jedem ihrer drei Matches mehr erhofft und man hat nie das sehr gute Match was man sich erwartet hat bekommen oder das Weltklasse Match hat man nie gekriegt und es ist wahr es war gut keine Frage es war ein gutes die jetzt mehr ist die Kate Match mit schönen Spots mehr war es leider nicht es war für mich das drittbeste Match am Abend ja und was erstmal geil war am Anfang war wie der Steel Cage runtergelassen wurde das fand ich ziemlich geil weil man es in der so einer Art nicht gemacht hat das war geil ja weil normalerweise ja er wurde ja quasi noch nicht zusammengebaut heruntergelassen sondern er hat sich dann ja okay das kann man natürlich auch so sagen ne er wollte sagen dass es ja eigentlich immer zusammengebaut ist und dann halt ja runtergelassen wird und jetzt wurde es quasi noch nicht zusammengebaut und dann am Ende zusammen gemacht fand ich ziemlich geil genau ja gut warst du kurz weg ne ja naja ähm und dann fand ich natürlich wieder den Demon Entrance geil weil Finn Balor einfach diesen Steel Cage mit eingebaut hat was ich ziemlich geil fand ja also die haben sich gut gegen den Käfig geworfen die haben den Käfig gut mit eingezogen äh einbezogen also gut ins Match verpackt wie es sein sollte und es war nicht einfach irgendein irgendein Singles Match was wo halt ein Käfig drumherum war und ja es war nicht schlecht aber es war halt nicht das richtig geile Match was man sich erwartet hatte was ich ein bisschen blöd fand war immer dieses Flüchten ja das ist beim Steel Cage Match allgemein ein Problem ja gerade wenn man so legt okay das ist die Schlacht und dann würde er aus der Tür gehen äh ja gute Schlacht äh 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 aber es gab auf jeden Fall geile Aktionen wie zum Beispiel der Sling Blade ähm was ich auch noch gut fand war zum Beispiel wo Finn Balor diesen Kick ausgeführt hat Joe lehnt sich an die Seile und dann fliegt Baylor auch noch runter in die Kronjuwelen rein das war nicht so schön ne ja hm aber es war auf jeden Fall geil wie man teilweise Sachen mit eingebaut hat also es war teilweise echt gute Aktionen war auch ein gutes Match meiner Meinung nach Triples Match am Abend aber na es war jetzt nicht richtig geil es war auch nicht richtig scheiße aber man hat schon etwas mehr erwartet das muss man sagen ich habe ein bisschen mehr erwartet für das das ist halt so als großes Fäden Ende angekündigt wurde trotzdem war es halt trotzdem gut genau es war trotzdem gut tritt das mit am Abend wie wir schon aber gesagt haben die 60 Minuten aus tritt längste Match am Abend der 2 längste Match am Abend und ja Samoa Joe besiegte Finn Balor nach dem Muscle Buster vom Top Rope der sah krank aus der sah krass aus ähm ja wie gesagt schöne Spots gab's ja und damit hat Samoa Joe den Titel verteidigt er durfte zum ersten Mal Finn Balor bei dem Takeover Special besiegen konnte zum ersten Mal seinen Titel verteidigen für Finn Balor ist es eine negative Historie in dem Sinne er hat das erste Steel Catch Match verloren er hat zum ersten Mal bei Takeover verloren und zum ersten Mal als Demon verloren ja finde ich ein bisschen schade irgendwann muss es halt kommen das stimmt klingst du richtig gut gelaunt ja irgendwann muss es mal kommen ja irgendwann muss es mal passieren also ich hätte mir auch bei jemand anderem gewünscht vielleicht keine Ahnung bei wem wie man halt neu overbringen will keine Ahnung wenn man da jetzt irgendwie mir fällt jetzt kein Beispiel ein aber wenn man irgendjemand Neues holt und den auch richtig overbringen ja genau wenn man den halt richtig overbringen will dann lässt man halt den Balor den Titel abnehmen und gleichzeitig damit den Demon besiegen aber ja jetzt hat man es ein bisschen verschwendet will ich fast schon sagen ja ein bisschen finde ich persönlich weil das kann es jetzt nicht mehr im Mainroster bringen ich wurde noch nie als Demon besiegt das kann man schon die WWE vergisst gerne was vorher passiert ist bestimmt warte was ist was die Kitschmisch bei NXT gab es nicht oder es gab nur ein Match was für Bela jemals hatte und das war bei Biest in the East richtig so hat er dann noch nie gilt noch nie gekämpft oder damit haben wir es auch erledigt und damit endet auch NXT Samoa Joe feiert mit seinem Titel und Bela brauchte ärztliche Hilfe ja dein Fazit zu NXT TakeOver the end of the beginning sehr gute Show es gab meiner Meinung nach nur gute Matches es gab kein schlechtes Match der Opener war gut das Tag Team Match und Aries gegen Nakamura war sehr gut Nia Jax gegen Asuka war ganz gut und der Main Event war gut also von daher 9 von 10 war nicht perfekt wie gesagt hätte es noch ein sehr gutes Match geben müssen dafür aber es war trotzdem sehr sehr gut ja also ich habe es ja auf Twitter ja schon geschrieben NXT TakeOver enttäuscht einfach nie und das habe ich heute auch erwartet und ich habe es heute bekommen ich habe wieder ein super Event bekommen was ich gerne gesehen habe und ich bin jetzt teilweise auch nochmal gesehen habe wie gesagt der Opener war schön Revival gegen Alpha war stark Shinsuke Nakamura gegen Austin Aries war stark beides für mich so die Match of the Knights Kandidaten ich kann mich immer noch nicht entscheiden welches es wirklich ist NXT Women's Title Match war auch für die Zeit gut und das Main Event Match war auch gut ich würde auch 9 von 10 Punkten geben 9,5 würde ich nicht geben weil dafür waren ja da hätten die Matches noch ein bisschen besser sein müssen also so vielleicht das Ziel Catch Match ein bisschen besser dann wäre es vielleicht ein 9,5 gewesen wenn eine 10 wäre natürlich noch noch ein richtig geiles Match noch vielleicht dazu packen oder vielleicht noch ein geiles Debüt oder das ähm das zum Beispiel dann hätte es vielleicht noch eine 10 gereicht also eine 10 aber das war jetzt nicht so schlimm weil 9 von 10 ist auch eine ordentliche Wertung absolut ja wir sind sehr sehr zufrieden ich bin mal gespannt wie der Weg weitergehen wird Finn Balder wird ja ins Main Roster kommen da denke ich mal sind wir uns beide einig die Frage ist nur wann das ist die Frage also man hat jetzt Finn Balder in dem Sinne gut raus geschrieben weil er halt jetzt durch den Muscle Buster ein bisschen verletzt ist weil er sah ja echt krass aus und man muss sagen der Muscle Buster natürlich er wird sich jetzt nicht wirklich verletzt haben ähm aber der Muscle Buster ist ja an sich kein ungefährlicher Move ja der hat ja fast Tyson Kidd gekillt ja unfreiwillig natürlich also das macht er nicht extra ja klar aber Respekt auf jeden Fall für Finn Balder dass er es trotzdem durchgezogen hat ähm ja genau Finn Balder wird wahrscheinlich ins Main Roster kommen die Frage ist halt nur wann und wie weil als Club Mitglied kann ich mir das nicht vorstellen weil es nicht passen würde weil Finn Balder mehr der Anführer ist als jetzt irgendwie so ein Nebendarsteller oder so vielleicht greift er ja beim Summerslam ein für John Cena hey oh Gott ohne dann wirst du wahrscheinlich für den Balder hassen ne dann werde ich Turn gegen Finn Balder dein ehemaliger Liebling wird dann zu deinem Erzfeind Nummer eins der wird dann zum neuen Roman Reigns ach ja Roman Reigns wie gesagt ja Roman Reigns brauchen wir in NXT ja nicht zu besprechen das ist super ich bin mal gespannt wie es bei äh Brooklyn aussehen wird ich freue mich auf die Kart weil wir haben jetzt noch zwei Monate jetzt wird es nicht so lang sein wie jetzt zum Beispiel obwohl die Länge ist ja nicht gleich dimm zwei Monate nur ja acht Wochen ungefähr und ich denke man wird jetzt auch bald was einleiten in dieser Richtung bald wird es ja auch den Roster Split geben also halt SmackDown Raw Brand Split also es kommt einiges zu kommt auch bald Money in the Bank nächste Woche ich glaube es nicht dass es so gut wird wie NXT TakeOver The End aber da sind wir mal gespannt ob es wirklich passiert wenn es passiert natürlich schön wenn nicht dann ja gut wie wir es nur mal gesagt haben aber gut ich würde mal sagen wir bestießen das freuen uns denke ich mal auf nächste Woche die NXT Ausgabe was da passieren wird auf jeden Fall gut da würde ich sagen wenn wir diese Ausgabe schreibt eure Meinung gerne die Kommentare was denkt ihr über NXT TakeOver The End of The Beginning beziehungsweise NXT TakeOver The End schreibt auch mal gerne die Kommentare der B-Pointed Comet Championship wird wieder heute ausgekämpft mal sehen ob Patrick den Titel verteidigen kann ja oder nein und ja Entscheidung wird dann in den nächsten Tagen verkündet und da würde ich sagen bis nächsten Mal haut rein und ciao ciao discussion glaub ich es Hello her 背 Untertitelung des ZDF, 2020